Bewohner der Erde, seid unbesorgt. Wir kommen in friedlicher Absicht. Roboter lügen niemals. Bürger, ihr habt 10 Sekunden, um in eure Häuser zurückzukehren. Das ist eure letzte Warnung. Schatz! 5, 4, 3, 2, 1. Er gibt sich auf der Stelle. Hat jemand diesen jungen Mann gesehen? Sean Flynn. Flüchtigen Unterschlupf zu gewähren, betrachtet das Roboter-Imperium als Verbrechen. Seht ihr die Implantate? Die sind verbunden. Was bedeutet das? Ich kann sie steuern. Wir müssen etwas unternehmen. Verstehst du denn nicht? Wir kämpfen nicht mehr. Es ist vorbei. Sie wissen nicht, was Sean drauf hat. Ihr glaubt daran. Du meinst, er kann die Roboter steuern? Das ist erst der Anfang. Wir müssen ihn leben fangen. Wir können zurückschlagen. Allein schaffe ich's nicht. Gib den Jungen heraus. Du bekommst weder mich noch meinen Sohn. Du wirst mich begleiten. Wenn du die Wahrheit kennst, warum die Roboter hier sind, wirst du mich anflehen. Du kannst dich die ganze Welt retten, Sean. Ach, denkst du? Sean! God! Huwe! Trump! Come on! sulfur! Die Deixa. Jesus!